Die höchsten Häuser Deutschlands. Viele hunderttausend Quadratmeter Metall und Glas. Ein Paradies für alle Fensterputzer. Oder doch eher die Hölle? Die Großbanken lassen ihre architektonischen Prestigeobjekte immer auf Hochglanz polieren. Sauberkeit ist wichtig fürs Image. Kein Job für jedermann. Hier sind mutige Männer gefragt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017